Hi, im Case, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin das Video gerade am Bearbeiten und mir ist aufgefallen, dass das Intro nicht mit abgefilmt wurde. Deswegen ist hier das Intro. Hallihallo, hallöle. Heute schauen wir uns zusammen mein Audition-Video an. Mein Audition-Video ist schon zwei bis drei Jahre alt und todes Cringe, aber viel Spaß bei dem Video. Okay, ich habe das Video jetzt aufgerufen. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber wir klicken jetzt mal auf Play. Okay, was war das? Was war dieses... Fuck! Okay. Okay. Es war nicht schlecht. Es war aber auch nicht gut. Also für die, die nicht wissen, welches Lied das war, das war von der Part von Lil Wayne in Look at Me Now. Und anscheinend habe ich noch einen Song gerappt. Ich habe einfach nur Angst. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal Godzilla von Eminem. Da habe ich mir mal viel zu gemutet. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, aber mir gefällt auch, wie ich vorher hochkant gefilmt habe und jetzt quer. Okay. Ein bisschen Abwechslung oder so. Lispel ich? Mir ist das noch nie aufgefallen. Hört sich für mich so an, als würde ich lispeln. Okay. Das war okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Also für die, die Godzilla nicht kennen, es gibt einen Part, wo Eminem unnormal schnell rappt. Unnormal. Ich habe das auch noch nie hinbekommen. Deswegen frage ich mich, was in diesem Video jetzt gleich passiert. Ich habe es versucht. Boah, kann ich das wirklich posten? Ich habe es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Und falls ihr euch jetzt fragt, was mich daran stört, es ist die Tatsache, dass ich nicht immer auf dem Beat war und dass ich die Sachen nicht richtig ausgesprochen habe. Man muss klar hören können, was man rappt, vor allem, wenn man so schnell rappt. Deswegen, das war gerade schlecht. Anscheinend geht es weiter mit Tanz. Wir haben uns ja noch nicht genug blamiert. Okay, let's go. Okay. Okay. Okay, das war gut. Das war gut. Das war cool. Wir switchen von rappen zu einem anderen Rap, zu tanzen, zu random Akrobatik und jetzt wieder zu tanzen. Und das hat ausgereicht. Also Leute, es tut mir leid, aber wie konnte das ausreichen? Es war das randomste Audition Video, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber anscheinend haben die irgendwas darin gesehen und dachten sich so, ja man, daraus könnte was werden. A slay is a slay. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne einen Kommentar. Und falls ihr keine Videos verpassen wollt, dann macht das Plus weg, ist bei TikTok. Dann abonniert diesen Kanal, aktiviert gerne die Glocke. Aber natürlich könnt ihr auch auf TikTok das Plus weg machen oder auf Instagram abonnieren. Das ist alles euch überlassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.